Herr Schröder hat sich sehr früh schon in der Geschichte interessiert und vor allen Dingen, was wichtig ist für die amerikanische Europa- und Deutschlandpolitik der 30er Jahre, so lautet auch im Grunde präzise gesprochen, der Titel seiner Doktorarbeit, Deutschland und die Vereinigten Staaten von Amerika 1933 bis 1939. Und achtet immer auf die Untertitel, die sind wichtig, die präzisieren nämlich in der Regel noch ein Thema, nämlich Wirtschaft und Politik in der Entwicklung der deutsch-amerikanischen Beziehung des deutsch-amerikanischen Gegensatzes. Und Wirtschaft ist ein ganz enormer, deutender Faktor, den Kollege Schröder schon sehr früh in seinen Forschungen erkannt hat, welche wichtige Rolle Wirtschaft für Politik, auch für die Politik der internationalen Beziehungen spielt. Und so ist es eigentlich kein Wunder, dass wir da mit Herrn Schröder auch einen Experten vor uns haben, der ein ausgewiesener Kenner der Geschichte des Marshall-Plans ist, wo ja Wirtschaft und Politik eng verschränkt sind. Aber ich muss noch einige sagen, Kollege Schröder hat promoviert bei Kollegen Angermann in Köln, ein ausgewiesener Experte zur Geschichte der Vereinigten Staaten im 20. Jahrhundert. Er ist dann nach seiner Promotion nach Mainz gekommen, an das Institut für europäische Geschichte. Ein doch wichtiger, wenn man so will, auch wissenschaftspolitischer, wissenschaftsgeschichtlicher Standort, Gedächtnisort von Begegnungen zwischen europäischen Historikerinnen und Historikern. Dort kam er auch in Berührung mit Forschern und Historikern aus Mittel- und Osteuropa, wichtige Begegnungen im Zeichen des Kalten Krieges. Herr Schröder war stellvertretender Leiter, Direktor dieses Instituts für europäische Geschichte und 1980 schließlich bekam er einen Ruf an die Universität Gießen. Dort hatte er und hatte immer noch den Lehrstuhl inne für Zeitgeschichte, moderne Geschichte, neueste Geschichte unter besonderer Berücksichtigung der angloamerikanischen Geschichte. Und wenn man sich die Publikationen von Kollegen Schröder näher ansieht, kann man sehen, welche Bereiche er abgedeckt hat. Marshallplan, Geschichte des Marshallplans, seine Propaganda in Berlin. Ich zitiere jetzt nur einige Werktitel. Transatlantic Images and Perceptions, Germany and America Since 1776. Also auf die neuere Geschichte einbeziehen. Von Versailles nach Potsdam, ein weiterer Titel, Deutsche Frage und internationales System. Nicht unerwähnt bleiben soll das UTB-Taschenbuch Einführung in der Studium der Zeitgeschichte. Ich habe selbst fast, würde ich sagen, zehn Jahre, 20 Semester mit diesem UTB-Taschenbüchlein gearbeitet, im Rahmen von Großseminararbeiten mit vielen anregenden Beiträgen zu deutschen Historikern, Kontroversen zur Zeitgeschichte als Aufgabe, zur Zeitgeschichte als Wissenschaft. Demokratie und Hegemonie, hier geht es um Wilsons-Konzept einer neuen Weltordnung. Konfrontation und Kooperation, die Publikation als Herausgeber. Konfrontation und Cooperation, Germany and the United States in the Era of the World War I. Die deutsche Frage als internationales Problem im Kontext der amerikanischen Politik und eine Herausgeberschaft, ein weiterer Marschallplan und Westdeutscher Wiederaufstuhl. Positionen, Kontroversen, eine Publikation, wenn ich nicht irre, im Steiner Verlag erschienen. In Wiesbaden erschienen 1990. Wir haben einen Titel, meine Damen und Herren, Demokratie und Hegemonie. Und heute haben wir einen Titel, der geht jetzt um Hegemonie und Integration, nämlich um die Frage, welche Rolle spielten die USA am Beginn der westeuropäischen Integration und welche Rolle insbesondere kam hier der Marschallplan, dem viel zitierten European Recovery Program zu. Und ich freue mich, Kollege Schröder, dass Sie zu uns nach jedem sein gekommen sind, wieder im Vorspann, so wie die Vorderungen im langen Interview zur Verfügung standen und jetzt einen hochschulaffnenden Vortrag uns noch bieten. Ich freue mich auf Ihre Ausbildung. Herr Gehler, vielen Dank für die Einführung. Nachdem Sie mich aufs europäische Rüttelsieb gelegt hatten in den letzten zwei Stunden, würde ich ganz gerne jetzt eine Bemerkung machen wollen zu dem angegündigten Thema Integration und Hegemonie Europapolitik der USA nach dem Zweiten Weltkrieg. Worum es dabei geht, ist im Prinzip, dass ich gerne meine These untermauern möchte, dass die USA eine hegemoniale Weltpolitik verfolgen, seit spätestens dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Nur eine Bemerkung zu dem Epochenjahr 1917. Hier können Sie gewissermaßen bündeln die Veränderungen in der Weltpolitik, die einmal gegeben sind durch den relativen Gewichtsverlust Europas und den Aufstieg der USA zur Weltmacht, der sich vorher vollzieht, aber mit der Intervention der USA im Ersten Weltkrieg unwiderruflich Realität ist. Und Sie haben im Ersten Weltkrieg auch mit Wilsons 14 Punkten den Anspruch der USA nach der Etablierung einer Pax Americana, das heißt einer Weltordnung, die sich weitgehend orientiert an amerikanischen Ordnungsvorstellungen, wenn Sie so wollen. ist das eine liberal-kapitalistische Weltordnung, die Wilsons vorfügt und die durchgesetzt werden soll. Ein weiteres Element für diese Proklamation Wilsons in den 14 Punkten ist dann die Revolution in der Sowjetunion, das heißt die Bolschewistische Revolution, als Herausforderung bürgerlicher Regierungen insofern als mit der Bolschewistischen Revolution. Erstmals in den internationalen Beziehungen das sozialrevolutionäre Element eine Rolle spielt, nämlich der Anspruch des Common Bolschewismus, die Staaten auch von innen her zu verändern, das heißt das, was man heute Regime-Change, also Regime-Change bezeichnen würde. Ich würde ganz gerne dann anschließen eine ganz kurze Bemerkung zu den USA und den Integrations-Tendenzen in Europa. Die Frage in Europa, wenn es um Integration ist, ist ganz grob gesagt Mitteleuropa oder Pan-Europa. Und Sie haben hier einmal das Konzept von Friedrich Raumann in seinem Buch Mitteleuropa, kodifiziert von 1915, das von der Vorstellung ausgeht, dass das Deutsche Reich in erster Linie Kraft seiner ökonomischen Dominanz in Mitteleuropa, also in den Staaten, die sich um das Reich kopieren, vor allen Dingen in Ostmitteleuropa, aufgrund eben dieser ökonomischen Hegemonie, die dominierende Stellung einnehmen würde. Der Grundgedanke ist, dass andere Staaten gewissermaßen an dieser ökonomischen Veranstaltung in Ostmitteleuropa nicht teilhaben sollen. Das heißt also eine faktisch auf den Ausschluss anderer abzielenden Politik. Und dann haben Sie von Kuttenhofer-Kalerni das Konzept eines Pan-Europa, das geografisch weiter umfassend eine gesamtkontinentale Konzeption beinhaltet, zumindest als Ideal. Diese beiden Konzepte stehen sich gegenüber und es handelt sich bei diesen Konzepten letztlich um ein machtpolitisches Ringen in Zentraleuropa. Und dieses machtpolitische Ringen, also Mitteleuropa und Pan-Europa, manifestiert sich in dem sogenannten Pan-Europa-Plan Briens vor Mai 1930. Hier hat der Brienne ja vorgeschlagen, dass also die Regelung der krisenhaften Entwicklung in Europa durch die Politik erfolgen solle. Die Wirtschaft habe sich, wie gesagt, an der Politik unterzuordnen. Das ist für Deutschland nicht akzeptabel, weil Deutschland als politisch geschwächte Macht gerade die Ökonomie als Vehikel für die Dominanz in Europa beansprucht. Das heißt, hier hat der Pan-Europa-Plan unter machtpolitischen Gesichtspunkten überhaupt keine Chance, realisiert zu werden. Es ist daher auch illusorisch, wenn im Festreden dieser Tage man sich auf Pan-Europa à la Brienne beruft. Das ist ein historischer Rückgriff, der nicht funktioniert. Vor allem deshalb nicht funktioniert, weil die USA hinter den Kulissen dieses Projekt schon torpediert hatten, bevor Berlin darüber überhaupt nachdenken konnte. Die Berliner Politik ist so abhängig von den USA, dass sie sich nicht gar nicht leisten konnte, gewissermaßen ein innereuropäisches Konsortium zu gründen, an denen die USA nicht beteiligt waren, in dem Sinne nicht beteiligt waren, dass sie ausgeschlossen waren von der künftigen ökonomischen Entwicklung in Europa. Sie haben hier also ein Beispiel für die indirekt informelle Einflussnahme der USA. Die USA werden dann herausgefordert auch durch die Mitteleuropapolitik Brüning. Das heißt, die deutsche Politik unter Reichskanzler Brüning versucht, durch ihre Deflationspolitik das deutsche Reich in eine Lage zu bringen, dass es den Tiefpunkt der Krise schneller beschritten hat als die europäischen Nachbarstaaten. Und dass es dann den Aufschwung früher benutzen kann, um die Staaten, vor allem Südosteuropas, Osteuropas abhängig machen zu können, ökonomisch abhängig machen zu können vom Deutschen Reich. Und dies wiederum bringt auch die USA auf den Plan, weil sie gewissermaßen diese liberale Weltordnung, die Wilson in der Pax Amerikaner proklamiert hat, herausgefordert sehen. Genauso natürlich ist die nationalsozialistische Großraumpolitik eine grundlegende Herausforderung für amerikanische Ordnungsvorschläge. Für die USA ist diese ökonomische Herausforderung deshalb so graviert, weil die USA eben in der Zwischenkriegszeit vor allem das ökonomische Potenzial benutzen, um Einfluss zu nehmen auf die europäische Politik. Und dieses Konzept heißt Economic Appeasement. Mit Economic Appeasement ist gemeint der Abbau von ökonomischen Spannungen. Das heißt, wenn es gelingt, die ökonomischen Spannungen infolge der Weltwirtschaftskrise abzubauen, dann würde es auch gelingen, so die amerikanische Philosophie, politische Verständigung in Europa herbeizuführen. Der Begriff Appeasement ist aber irreführend in diesem Zusammenhang, denn unter Economic Appeasement verstehen die Amerikaner nicht Konzessionen ihrerseits, sondern nur den Abbau von ökonomischen Spannungen. Sie selbst beharren auf ihrem Konzept und benutzen dieses Economic Appeasement auch als Gegenmittel gegen die Großraumwirtschaft. des Dritten Reichens. Und wenn man all dieses, was ich nur angedeutet habe, zusammennimmt, dann kommt man eben zu dem Schluss, dass die These, die Sie immer noch finden in Lehrbüchern und wissenschaftlichen Untersuchungen, die USA hätten in der Zwischenkriegszeit eine isolationistische Politik betrieben, Legende ist, ich beziehe mich hier auf den amerikanischen Historiker William Atman Williams, der diese These bereits Ende der 50er Jahre in den Raum gestellt hat. Das ist für unseren Kontext insofern wichtig, als Sie hier ein Beispiel haben für die indirekt informelle Einflussnahme und Einflussnahmeversuche in der USA. Und es ist natürlich nicht vorstellbar, dass sich das seitens der USA ändert. Und ich würde ganz kurz gerne eingehen auf die Programmierung der Pax Amerikaner durch Franklin Roosevelt. Hier sind zwei Ereignisse zu nennen. Einmal die sogenannten vier Freiheiten, das ist die Jahresbotschaft Roosevelt vom 6. Juni 1941, in der er die vier Freiheiten kodifiziert und die sind dann von dem amerikanischen Maler Norman Rockfield auch visualisiert worden und dann im Zweiten Weltkrieg als Flugblätter abgeworfen worden, um Bedeutung dieser vier Freiheiten zu unterstreichen. Das ist einmal eben die Freiheit der Rede, die Freiheit der Religionsausübung, dann die Freiheit von Mangel und die Freiheit von Furcht. Sie sehen, dass das also an amerikanischen Sense-Gewinnmodellen orientiert ist, dieses Bild. Wie wichtig das ist, auch in der amerikanischen Erinnerung sehen Sie daran, dass auf dem Roosevelt Memorial diese vier Freiheiten in einem Gedenkstand eingemeistert sind und dass selbst die Regierung George W. Bush eine Zeit lang allerdings nur auf der Homepage des Weißen Hauses sich auf diese vier Freiheiten im Zusammenhang mit dem Irak-Krieg berufen hat. Also die vier Freiheiten und die Atlantikkarte sind, also neben den vier Freiheiten ist dann die Atlantikkarte zu nennen. Auch hier will ich nicht weiter auf Einzelheiten eingehen. Das ist in acht Punkten im Grunde das Konzept, das Woodrow Wilson proklamiert hatte, also das Konzept einer liberalen Weltordnung, das heißt also der Konzept der territorialen Erwerbung, Antikolonialismus und dann das, was in den vier Freiheiten genannt wurde. Auch hier propagandistisch entsprechend verbreitet worden. Diese beiden Schlüsseldaten, wenn Sie so sagen, 17 und 41, mit der akzentuierten Formulierung einer Pax Amerikaner sind dann die Daten, die auch vorgeben, die weitere Politik. Und gestatten Sie mir dann, bevor ich also auf die westeuropäische Intimation zu sprechen komme, ein paar wenige Bemerkungen zur Genesis des Kalten Krieges. Die amerikanische Beteiligung am Zweiten Weltkrieg erfolgt ja in Reaktion auf den japanischen Angriff aber nicht Japan ist der Schwerpunkt der amerikanischen Kriegführung, sondern Europa der Schwerpunkt der amerikanischen Kriegführung. Es ist eine politische Meisterleistung des amerikanischen Präsidenten Roosevelt, dass es ihm gelungen ist, auch die Öffentlichkeit einzustimmen auf die Einschätzung des Nationalsozialismus als größte Gefahr als zunächst des japanischen Expansionismus, obwohl die Japaner ja Pörlhaber angegriffen hatten und das der eigentliche Auslöser ist für den Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg. Die Entstehung des Kalten Krieges ist in Geschichtswissenschaften lang debattiert, die Verantwortlichkeiten immer wieder umstritten. Ich würde nur ganz gerne einige Rahmenbedingungen ganz kurz anticken, um dann auch deutlich machen zu können, dass eben die westeuropäische Integration auch Reaktion ist auf das, was im weltpolitischen Rahmen, im europäischen Rahmen, in der Herausbildung des Kalten Krieges sich vorzieht. Und hier haben sie bereits angedeutet, einmal den ideologischen Gegensatz zur bolschewistischen Revolution, was ich hier als Wilson vs. Lenin bezeichnet habe. Und dann sich ergebend aus den Vorstellungen der Pax Americana das Konzept Roosevelt als ein hoheres. Das heißt, eine ungeteilte Welt, die organisiert ist nach primär, möglichst ausschließlich, amerikanischen Ordnungsvorstellungen. Und dieses Konzept der One World wird nun infrage gestellt, weil der Zweite Weltkrieg ein nicht erwartetes Ergebnis hat, nämlich den Aufstieg der Sowjetunion zur Weltmacht. Und sie haben hier, mit Schwert in Europa, aber letztlich global, verschiedene Elemente des Gegensatzes. Einmal den machtpolitischen Gegensatz zwischen den Großmächten, der aber asynchron ist. Sie haben einmal die konventionelle Überlegenheit der Sowjetunion in Europa, dann aber auf der anderen Seite das Atomwaffenmonopol der USA. Dann haben sie die ökonomische Konfrontation. Die Sowjetunion hat die größten Opfer hinnehmen müssen im Zweiten Weltkrieg und es natürlich besteht, den Wiederaufbau in Gang zu setzen. Aber die USA verweigern der Sowjetunion sowohl die Lendlease-Lieferungen als auch Kredite. Und schließlich kommt es auch zum Showdown in der Frage der Reparation. Also im Prinzip sind die USA nicht bereit, größere Reparationszahlungen aus den Westzonen zuzulassen. Und schließlich haben wir noch die geopolitischen Konfliktfelder. Deutschland und Österreich sind hier als erster Stelle zu nennen, als von vier Wächten besetzte Länder, die auch an der geografischen Nahtstelle des Kalten Krieges sich befinden. Dann haben sie die Sowjetisierung Ost- und Südosteuropas. Das heißt also die Dominanz der Roten Armee. Und schließlich Streitigkeiten im Iran. Die Sowjets wollen zunächst den Iran nicht wieder verlassen. Stichwort Aserbaidschan. Erdöl, das spielt heute noch keine Rolle. Und dann die Konflikte in Fernost, die Interessenüberschneidung in Japan. Sowjetunion wird nicht beteiligt an der Besetzung Japans. Teilung Koreas. Und dann China, der Bürgerkrieg in China, der ja wie Sie wissen endet mit der Macht agrarium nach Marostan 1949. Auf diesem Hintergrund der Ost-West-Konfrontation kommt es dann 1947 zu dramatischen Entscheidungen in Europa. Ich habe das mal genannt, Entscheidungsjahr für Europa. Das heißt, Sie sehen hier die Moskauer Konferenz als Versuch, in irgendeiner Weise die Gegensätze zu überbrücken. Aber noch während der Konferenz gibt Truman eine Rede vor dem Kongressamt, die als Truman-Doktrin bekannt geworden ist. In der er das Versprechen abgibt, alle Staaten zu unterstützen, die von innen oder von außen sich vom Kommunismus bedroht werden. Und kurz darauf gibt eben der Außenminister Marshall die berühmte Rede der Ted Haber, 5. Juni 1947, in der er ein europäisches Wiederaufbauprogramm ankündigt. Die Konferenz dann wieder ausfolgt, im Juni bis Juli, die erste Tranche, beschäftigt sich dann mit der Frage der Einbeziehung Deutschlands und der Sowjetunion. Die Sowjetunion Molotow, Außenminister Molotow lehnt eine Beteiligung am Marshallplan ab. Mit der Begründung, das sei Dollar-Imperialismus, liegt damit nicht so ganz falsch, weil ja die Beteiligung der Sowjetunion am Marshallplan, ich komme nachher noch darauf zurück, faktisch bedeutet eine Mitsprache über die Wirtschaftsentwicklung in der Sowjetunion. In diesen Sommermonaten fällt dann auch die Publikation des Artikels von George F. Kennan in Foreign Affairs, das ist so, ist es vom Sowjetkontakt, also ein Manifest zur Politik der Eindämmung nach dem Motto gewissermaßen, die westlichen Staaten und Bevölkerung müssen entschlossen Widerstand leisten gegen eine potenzielle weitere Expansion nach Westen der Sowjetunion. Und dann in den Monaten Juli bis September wird der Marshallplan festgeklopft, also eine Vorbereitung zur Realisierung des amerikanischen Hilfsprogramms. In der Außenministerkonferenz in London sind dann keine Einigungen unter diesen Bedingungen mehr zu erwarten, über die deutsche Frage, also etwa die Beteiligung der Sowjetunion am Ruhrgebiet, eine Reparation oder auch die Frage einer deutschen Zentralregierung. Hier sehen Sie im Grunde das Ergebnis des Jahres 1947, nämlich die geografische Teilung Europas und die Teilung eben mitten durch Deutschland, wobei interessanterweise ja Österreich hier nicht, als geteilt dargestellt ist. Dann zum European Recovery Program. Es ist typisch für die amerikanische Außenpolitik, hier zu versuchen, mit ökonomischen Mitteln eine politische Frage zu lösen. Hier will man gewissermaßen mit diesem Marschabplan zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Man will Hilfsgelder, Hilfsoperationen, die europäischen Wirtschaften stabilisieren und auch durch diese ökonomische Stabilisierung auch erreichen, eine politische Immunisierung gegen den Vazillus des Kommunismus. Es ist ganz klar, dass in Krisenzeiten Abitationen, Aufruhr und Ähnliches größere Chancen haben, als in Zeiten des relativen Wohlstands. Ganz kurz ein paar Bemerkungen zu den finanziellen Dimensionen des Marschabplans. Sie sehen, dass ungefähr sind 13 Milliarden geflossen und dass das Geld dann im ersten Wesentlichen verteilt ist auf einige wenige Staaten. Hier haben Sie die wichtigsten Empfängerländer, also Großbritannien Frankreich, Italien, Österreich, Niederlande und Westdeutschland. Was die Leistungen pro Kopf der Bevölkerung anbelangt, auch hier eine ganz klare Konzentration auf die genannten Staaten plus Österreich, was pro Kopf der Bevölkerung am meisten erhält. Das liegt eben auch mit den politischen Notwendigkeiten zusammen. Die wichtigsten Länder in der EAP-Strategie sind Frankreich, Italien, Österreich und Westdeutschland und Westdeutschland. Warum Frankreich? Hier sind es die starke kommunistische Partei und die zeitweilige Beteiligung von Kommunisten an der Regierung. Ähnlich liegt das Problem in Italien. Auch starke kommunistische Parteien. Außerdem liegen für 48 Wahlen an. Und Österreich und Deutschland, habe ich schon genannt, beides Länder an der Nachstelle des Kalten Krieges, beide gesetzt von den vier Mächten und beide enorm wichtig für die Zukunftsperspektive der europäischen Entwicklung. Das gilt in ganz besonderem Maße für Westdeutschland wegen des ökonomischen Potenzials in erster Linie, das gebraucht wird für das Funktionieren des Marschlands. Jetzt ist die Frage, warum Marschallplan Propaganda? Der Hauptgrund ist, dass der Marschallplan eben kein Selbstläufer war. Aus heutiger Sicht haben wir die Vorstellung, der Marschallplan sei ein Selbstläufer. Das ist nicht der Fall. Hier haben die Strategen in den USA die Auffassung vertreten, dass es notwendig sei, diesem Programm durch entsprechende Informationsprogramme zum Erfolg zu verhelfen. So ist etwa in den Abkommen, die geschlossen wurden mit den Empfängerländern, extra ein Abschnitt Publizität eingefügt, in dem sich die Länder verpflichten, entsprechende Beherrungen zu betreiben. Ein weiterer Grund für die Bedeutung der Marschallplan Propaganda liegt daran, dass ich auf diese Weise die Gelegenheit habe, Ihnen einige Faktoren, die zur Debatte stehen, in Form von Bildern zu zeigen, die sonst nicht überliefert werden. Es ist verblüffend, mit welch großer Brandweite hier gearbeitet wurde. Ich habe Ihnen mal eine Aufstellung der Medien gebracht, die benutzt wurden. Also alles, was unter Medien läuft, ist benutzt worden. Von der Zeitungsanzeige zur Briefmarke bis zu Rundfunksendungen, Ausstellungen und so weiter. Theateraufführungen, Puppenspiele, um diesem Programm zum Erfolg zu verhelfen. Und dann stellt sich die Frage, und im Rahmen dieses Informationsprogramms, Propagandamaßnahmen, ist besonders zu erwähnen das Filmprogramm. Ich möchte jetzt, weil ich darauf her nochmal zurückkomme, nur kurz hinweisen auf einige Homepages und vor allen Dingen diese Publikation, die ich da auf dem Zwischenliegen sehe, über die Filme des Marshall-Plans, die von der Bundeszentrale herausgegeben worden sind, die also einige dieser Filme enthalten, leider nicht die besten, das ist aber ein anderes Problem. The Marshall-Plant at Work ist eine Serie, und sie behandelt nun alle wichtigen, die meisten Empfängerländer mit ihren individuellen Problemen. Und ich darf das im Vorgang sagen, auch in ihrer Verzahnung mit europäischen, gesamt-europäischen Problemen. Und dann stellt sich die Frage, welches sind die Hauptziele der Marshall-Plant-Propaganda. Und hier würde ich vier Elemente vor allen Dingen betonen. Also die Zustimmung der Bevölkerung in den Empfängerländern, das ist nicht überall selbstverständlich, also in Frankreich zum Beispiel gibt es starke Widerstände. Dann die Zustimmung eben der Öffentlichkeit und der Gesetzgeber in den USA. Dann die Zurückträgung des sowjetischen Einflusses in der Propaganda, also die Propagierung des Privatkapitalismus im Gegensatz zum Staatssozialismus. Und dann, sehr wichtig, die Neutralisierung der europäischen, nicht-kommunistischen Linke. Also hier haben Sie, wenn Sie so wollen, schon das Dubček-Phänomen, dass die Amerikaner nicht daran interessiert sind, dass sich zwischen Staatssozialismus und Privatkapitalismus so eine Art moderner Sozialismus hätte entwickeln können. Das ist nicht gewünscht. Und dann eine kurze Bemerkung zu den, oder nicht ganz so kurz, zu den Hauptthemen der Marshall-Propaganda. Das ist einmal die Überwindung des Mangels. Gucken Sie sich die beiden Bilder an. Es ist ganz interessant, in der holländischen Urfassung hatte man noch Wurst auf dem Brot. Und in der Fassung, die dann verteilt wurde, in englischer Sprache, hat man vorsichtshalber das Gewurz runtergenommen, um die Leute nicht daran zu erinnern, dass sie keinen hatten. Also die Überwindung des Mangels ist eigentlich der Punkt. Hier, Schuhe und Leder durch den Marschabplan. Dann Arbeitsbeschaffung. Die sowjetische Propaganda hat immer behauptet, ihr habt, der Marschabplan bringt Arbeitslosigkeit, dem muss man entgegenwirken. Wiederaufbau generell als ein Thema. Wir sehen hier die Kieskanne, die gewissermaßen den Anschub gibt für den Wiederaufbau. Dann Produktivität. Kommen wir auf die Produktivität auch nochmal zurück. Das heißt also, die Produktivitätssteigerung als wichtiges Element für ökonomischen Fortschritt und Wohlstand. Das ist das, was man uns gegenwärtig in der Bundesrepublik vorenthält. Die deutsche Industrie hat Produktivitätssteigerung bis 18%. Die Reallöhne gehen zurück. Das ist gewissermaßen der moderne Privatkapitalismus. Gehört aber nicht hierher. Dann Hilfe zur Selbsthilfe. Ganz wichtig, dass eben der Marschabplan Anstubfinanzierung ist. Sie sehen, diese 5% sollen das ganze Ding ölen, um die Wirtschaft wieder in Gang zu setzen. Und dann die politische Dimension. Vor allem mit der Adresse an Österreich und Deutschland. Man sagt in Österreich, wenn ihr fleißig arbeitet, bringt das euch auch politische Unabhängigkeit. Also in die Hände gespuckt. Und ähnlich in Deutschland. Wir sind dabei, Deutschland, Westdeutschland spricht mit. Und man hat hier sogar also solche gebilderten, cartoonähnlichen Sprüche da losgelassen. Das ERP bringt Deutschland Glück. Die neue Bundesrepublik ist nun auch in Paris vertreten. Dort ist die OEC, Vereine Kraft hilft aus den Nöten. Und sowas wurde eben Mülle und Fülle verbreitet. Hier ist jetzt das Equipment zu schnell. Entscheidend ist, um auch mal etwas zu dem heutigen Thema zu sagen, die Visualisierung der europäischen Kooperation. Hier Poster, Bücher und Fraschieren. Ich habe Ihnen mal ein paar Beispiele mitgebracht. Hier nur zusammen, das ist ein skandinavisches Exemplar, nur zusammen können wir den Werk erklimmen, ganz klar. Dann eben ein Kinderbuch, ein deutsches Kinderbuch. Alle Völker in einem Boot in Europa. Bessere Zukunft nur, wenn wir gemeinsam rudern. Dann Brücken statt Zäune. Das deutet schon also auf den Abbau zumindest von Zollschranken. Gemeinsam arbeiten. Zusammenarbeit schafft Europa. Und hier fällt auch in dem Text, das können Sie nicht so gut sehen, der Begriff, nur durch den Zusammenschlagschluss und durch Arbeitsteilung kann jeder Großraum geschaffen werden, der in der Epoche der Technik, der Zunahme der Menschheit und der Aufteilung der Welt in große Machtgruppen Europa eine Chance gibt. Mir ist es wie Schuppen vor den Augen gefallen, dieses Pamphlet ist gemacht worden von einem Mitarbeiter, der im Dritten Reich eben Pamphlete für die Propagierung der Großraumwirtschaft geschrieben hat, nahtlos übernommen worden in die OEC. Na gut. Hier haben Sie dann eine ganze Reihe von Beispielen, wo einfach die europäische Kooperation visualisiert wird. Freie Bahn im Marschallplan, also Abbau von Zölln. Dann ganz wichtig, Cooperation means Prosperity, also der Wohlstand durch Kooperation. Hier Prosperity is the fruit of cooperation. Oder hier das österreichische Plakat, ein einiges Europa, Wohlstand. Interessant ist, dass auch die Verzahnung der Nationalwirtschaften mit den anderen Wirtschaften thematisiert wird, wie hier eben Österreich braucht 18 Länder, 18 Länder brauchen Österreich. Und das eben als Hinweis, die Interdependenz ist eine Lebensnotwendigkeit. Vor allen Dingen im deutschen Fall musste man das sehr geschickt visualisieren, da konnte man das nicht so offen schreiben. Deutschland war gerade besiegt worden, es ist ja ein paar Jahre mal gerade her, dass Deutschland kapituliert hat. Jetzt braucht man Deutschland für den Marschallplan. Da hat man eben im Film diese ineinandergreifenden Zahnräder genommen, um deutlich zu machen, die deutsche Wirtschaft muss verzahnt sein mit der europäischen Wirtschaft. Also im Grunde die Visualisierung der europäischen Zusammenarbeit. Und Sie sehen, das fällt auch an noch, dieses Image dann in den Broschüren der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Aber es gehört zu den Eigentümlichkeiten der Regierung Merkel, dass man diesem ERP-Fonds, der ja noch existiert, zwei Milliarden Euro entzogen hat, weil offenbar so wenig Steuereinnahmen vorhanden sind. Hier haben Sie das Thema Frieden, also gewissermaßen Wohlstand. Es wird erweitert auf das Thema Frieden, durch internationale, intereuropäische Zusammenarbeit. Und hier haben Sie ein Plakat, das gewissermaßen richtungsweisend ist, weil es den ersten Preis gewonnen hat, in einem Plakatwettbewerb. Man hat im Rahmen des Marschallplats 1950 ein Plakatwettbewerb geschrieben. Es wurden 10.000 Vorschläge eingereicht. Der hat den ersten Preis gemacht. Es gehört zu den Kuriositäten der modernen Archivierung, dass von diesen 10.000 Plakaten aller höchstens 50 übrig geblieben sind. Die anderen sind nach Beendigung des Wettbewerbs vernichtet worden. Der Historiker lässt grüßen, der Enttäuschte. Sie haben das in der anderen Variation hier, von der Hohen Kommission in Europa. Und dann aufgegriffen im Europawahlkampf von der CDU. Sehr geschickt, dieses Schiff Europa, also die Vereinigung. Und hier haben Sie ein Beispiel der gegenwärtigen Regierung, wie man europäische Einigung auch dem letzten noch verwiesen kann, dadurch, dass man ein kleines Bild mit Text überfrachtet in eine Anzeige bringt. Das kann nur das Presse- und Informationsamt der Bundesrepublik sein. Dann gab es einen Europazug. Man hat einen Zug zusammengestellt mit Ausstellungswagen. Und dieser Zug ist quer durch Europa gefahren, mit entsprechenden Broschüren bestickt, Ausstellungswagen, und hat an verschiedenen Bahnhöfen gehalten. Die Leute konnten dort sich informieren über den Marschallplan. Sie haben hier auch ein österreichisches Plakat, was Ihnen diese europäische Zusammenarbeit signalisiert. Und Sie haben hier auch die Türkei drin in diesem Plakat. Es ist immer der amerikanische Wunsch, die Beteiligung der Türkei, also in diesem Fall ja an der NATO, in irgendeiner Weise auch zu visualisieren. An diesem Wunsch hat sich ja bis heute nichts geändert. Dann würde ich Sie gerne hinweisen auf die Filme für Europa. Hier gab es einmal sogenannte, ich habe das mal Monatsschauen genannt, obwohl es dieses Wort nicht gibt, ERP in Action, A Monthly Film Digest of the Facts and Figures of European Becumpe. Da wurde monatlich in den Wochenschauen vor dem Film berichtet über Fortschritte des ERP. Und da gab es noch eine andere Serie, Serie 1, 2, 3, die insofern interessant ist, weil man dort immer drei Beispiele aus Europa genommen, innerhalb aus anderen Ländern, und die möglichst dort sich aufeinander bezogen haben. Also sehr geschickt, schon gewissermaßen vom Thema her, die Leute an die europäische Kooperation herangeführt. Dann Zeichentrickfilme. Hier, ich habe ihn mal als Beispiel genannt, der Schuhmacher und der Hutmacher. Hier die ganz die ökonomische Logik. Der Schuhmacher ist gewissermaßen fortschrittlich, er will in europäischen Handel treiben, der Hutmacher will Protektion für seine teuren Hüter, aber natürlich, der Gang der Ereignisse ist anders. Die Zollhäuser werden allmählich abgebaut in dem Film. Aus einem Eisenbahnverbindung werden mehrere. Alles läuft auf einen europäischen Austausch. Und schließlich natürlich der Schuhmacher rationalisiert, vertreibt seine Schuhe in ganz Europa, bezieht das die Rohstoffe aus ganz Europa. Und selbst der Hutmacher, der zwar mit seinem Geschäft pleite geht, kann dann, weil das Transportwesen sich steigert, als Fahrer eine Beschäftigung finden. Sehr geschickt gemacht. Dieser Film ist übrigens von denselben Autoren, die dann zwei Jahre später Animal Farm gefilmt haben. In diesem Zusammenhang kommt es auch zu einer Dramatisierung der kommunistischen Bedrohung. Ich hatte es eben schon angesprochen. Hier ist zu nennen der Film The Hour of Choice. Wenn wir nachher nach der Diskussion noch Zeit hätten, würde ich Ihnen gerne daraus einen Ausschnitt zeigen. Sie sehen, das ganze Ding ist 20 Minuten. Das heißt also, hier haben Sie in geballener Ladung eine Propagierung der europäischen Zusammenarbeit. Wir haben uns vorhin in dem Gespräch darüber unterhalten und ich würde zwischendurch schon mal die These formulieren wollen, dass dieser Propagierung, also der Barscherplan an sich, aber die Propagierung ein wichtiger erster Schritt ist zur europäischen Zusammenarbeit, zur europäischen Integration, der in den gegenwärtigen Jubelfeiern zu 50 Jahre römische Verträge meiner Meinung nach völlig unterschätzt wurde, weil auch die Mentalitäten der Zusammenarbeit verstärkt wurden durch diese Propaganda. Und wenn man dann von der Propaganda weggeht in die Realpolitik, dann sind wir beim Schumannplan, bei der Initiative Schumanns vom 9. Mai 1959, in dem, wie Sie wissen, den Zusammenschutz der deutsch-französischen und dann später auch anderer europäischer Staaten, der Stahlindustrie, Kohle- und Stahlindustrie, vorsteht, also eine Art Pool mit einer supranationalen Behörde. Die Frage ist, welche sind die Motive Frankreichs? Ganz einfach, if you can beat them, join them. Das heißt, Frankreich hat die Einsicht erworben, dass der deutsche Aufstieg, Wiederaufstieg ökonomisch, das anlaufende Wirtschaftswunder, wie man später sagt, letztlich dazu führt, dass Westdeutschland ökonomisch dominant sein wird, all along, und dass man gewissermaßen durch eine Zusammenarbeit mit Deutschland sich einbringen kann in ein gemeinsames Unternehmen, etwas, was sich dann ökonomisch, finanztechnisch im Euro später wiederholt. Die Motive der Bundesrepublik sind natürlich Souveränitätszugewinnen, wer keine Souveränität hat, kann durch Abgabe anderer nur gewinnen. Das heißt also hier wieder Einstieg in das internationale System, Anerkennung der Bundesrepublik als Faktor in der zwischenstaatlichen Politik. Und man darf nicht vergessen, und das wird auch bedauerlicherweise immer zu niedrig gehängt, dass die USA hinter den Kulissen ganz entscheidend diesen Schumann-Plan zusammengebracht haben. Und es stellt sich die Frage, welches sind die amerikanischen Motive? Ganz klar, die USA wollen einen deutsch-französischen Ausgleich. Man kann sich nicht neu noch einen dritten oder vierten deutsch-französischen Krieg leisten. Das steht nicht zur Debatte. Und gleichzeitig will man ähnlich wie Frankreich auch die deutschen Ambitionen ein bisschen niedriger hängen, ein bisschen eindämmen. Das heißt, ein Deutschland, was eingebunden ist in den abzeichnenden europäischen Integrationsprozess, wird nicht so leicht in der Lage sein, eine eigenständige, ich übertreibe mal, Großmachtpolitik zu betreiben. Und völlig zu Recht ist dann der 9. Mai, also die Erklärung Schumanns, auch als Europafayertagen beschlossen worden. Das war in Mailand, glaube ich, 1985. Und seit 1986 wird er auch so begangen. Es gibt Wunder, also zunächst mal die Werbung für den Schumann-Plan, eben mit dem Hinweis, erster Schritt zur Einheit Europas. Ganz wichtig, dass das eben entsprechend propagiert wird. Sie haben hier diese Plakette, von der ich nicht weiß, wann sie entstanden ist. Sie ist also im Haus der Geschichte, auch ausgestellt worden. Und dann eben den 9. Mai, es fängt hier etwas wieder an, geht dann etwas fortschrittlicher weiter. mit der Visualisierung dieses Europatages. Und ganz plötzlich, 2007, bricht der Bezug auf den 9. Mai ab und es ist plötzlich im Mittelpunkt 50 Jahre römische Verträge. Das heißt, es ist klar, die Regierung, die gegenwerte Regierung, es hat die Präsidentschaft, da will man nicht unbedingt einen toten Franzosen ehren, sondern lebende Deutsche, die jetzt gewissermaßen 50 Jahre danach in der Präsidentschaft, die Feiern ausrichten für die Europäische Union. Nun stellt sich die Frage, haben die USA nicht einen Zielkonflikt, wenn sie die Einigung der europäischen Volkswirtschaften und auch politisch vorantreiben, wie das dann auch in dem Schumannplan völkerrechtlich, vertraglich kodifiziert wird. Und ich würde hier ganz gerne einige Bemerkungen machen wollen, die zeigen, dass man diesen Zielkonflikt dadurch auflösen kann, dass man als Großmacht über die Hegemonie verfügt, diese Ambitionen der Europäer zunächst jedenfalls zu relativieren. Sie haben einmal die militärisch-strategische Dominanz der USA, das kann man relativ schnell abhaken, das ist offenkundig, da gibt es nichts zu diskutieren. 49 auch die Gründung der NATO und mit der NATO auch den entsprechenden transatlantischen Rahmen für die europäische Einigung. Dann haben Sie die ökonomische Dominanz, okay, also brauchen wir auch nicht lange zu diskutieren, ich zeige Ihnen nachher auch noch ein paar Bilder dazu. Dann die Dollar-Diplomatie, wer den Spiegel letzte Woche gelesen hat, wird meinen, der Dollar ist immer ein Stutzflug, weit gefehlt. Der Dollar ist gewittermachend das Gütesiegel für eine Währung überhaupt, für immerhin müssen Sie für einen Mark damals noch, für einen Dollar noch 4 Mark 20 hinlegen. Dann die Sonderbeziehung zu den USA, man kann immer, zu Großbritannien, man kann immer, wenn die Kontinentaleuropäer, also allzu viele Machtdemonstrieren, das Gesicht auch verlagern nach Großbritannien als Gegengewicht. Dann hat man eine Bilateralisierung der Beziehung zu Europa, das heißt, diese Verträge wären nicht geschlossen mit irgendeiner europäischen Organisation, die Marschallplanverträge, sondern einzeln mit jedem Staat überspitzt formuliert wieder DVD im Verrat, das heißt, man kann genau Einfluss nehmen und man hat auch über die Marschallengelder Einfluss auf die Investitionsentscheidungen in den Empfänger und dann ist die Bundesrepublik besonders abhängig von den USA, wenn sie wissermaßen wieder international aufsteigen will und diese Abhängigkeit nutzen die USA, um über die Bundesrepublik in die europäischen Institutionen dann später hinein zu wirken, ohne direkt in Erscheinung treten zu müssen. Und schließlich haben sie noch die Amerikanisierung der westeuropäischen Wirtschaft, das heißt, sowohl ordnungspolitisch, Stichwort Privatkapitalismus, als auch von den gesamten Rahmenbedingungen der Wirtschaft her, Produktivität und so weiter, ist Amerika das Vorbild und ich hatte eben schon eigentlich angesprochen, die Mechanismen der informellen Einflussnahme, das heißt, man nimmt Einfluss, ohne das politisch an die große Glocke zu hängen. Ein Beispiel ist etwa die Sozialisierung im Ruhrgebiet. Die Briten wollen sozialisieren, die Amerikaner wollen das nicht, die Amerikaner sagen das aber nicht offen, sondern hinter den Kulissen zwingen sie die Briten, ihre Sozialisierung abzusagen. Das heißt, man hat das Ziel erreicht, ohne dass man formell in Erscheinung kommt. Dann würde ich ganz gerne Ihnen ein paar Beispiele geben für die Visualisierung der amerikanischen Hegemonie. Das heißt, das Publikum in Europa wird an die Bedeutung des Amerikas ständig erinnert. Die beste Erinnerung ist eben dieses Level, das auf jeder Marschallplan lief, um jedem Haus, was gebaut wird, in irgendeiner Weise eingebracht ist. Das heißt also, tu Gutes und rede darüber. Hier wird daran erinnert, wo die Hilfe herkommt. Hier auch, Amerika hilft Deutschland mit Textilien. Hier Österreich, 60% deiner Nation sind ein Geschenk der Amerikaner für Österreich und das gibt euch die Möglichkeit letztlich zu überleben. Hier auch Saatgut und Düngemittel kommen aus Amerika. Also, Landwirtschaft ist nur möglich ohne die Hilfe aus Amerika. Marschallplan Mehl aus den USA. Hier haben sie schon etwas, was ich gleich noch ansprechen möchte, die transatlantische Verbindung, die sichtbar gemacht wird. Und hier ein Meisterstück der Grafik, finde ich, aus der damaligen Zeit. Sie haben das Fresspaket im Hintergrund, die Erwartungshaltung der Europäer, das Schiff, was das bringt und dann auch die Freiheitsstatue, die gewissermaßen die demokratische Komponente symbolisiert. Zur Visualisierung der amerikanischen Technologie gehören auch die Betonung der transatlantischen Beziehungen. Das ist eine Bagatelle, aber von dem Europa-Zach, der Rauch, verbindet Europa mit Amerika. Hier ist es auch so in dem italienischen Flakat, die Brücke, die gebaut wird, geht über den Atlantik. Hier mit Vereinkräften, rechts ist das für Österreich das Plakat, links für Deutschland, Europa plan, Amerika hilft also gewissermaßen diese Verbindung. Und hier auch diese Ehre, die gewissermaßen aus Amerika kommt und ausstrahlt auf Amerika und diejenigen, die ganz kühn interpretieren, die zählen die Ehren nach, kommen auf 13 und das sind die ursprünglichen amerikanischen Kolonien. Mein Tipp ist, dass das kein Zufall ist. Und dann die Betonung der kulturellen Gemeinsamkeiten. Wir kommen doch alle aus Europa, so wie Clinton gerufen hat in Africa, all come out of Africa. Wir haben doch gewissermaßen, wir kommen aus diesem Wurzel und wir gehören zusammen. Das wird wiederholt thematisiert, das ist aus dem ausgeschnitten Euro 80 Dollars. Und dann die überragende Bedeutung der USA, die dann, ich habe das gewissermaßen künstlich auseinandergetommen, hier ist ein Film, The Story of Kula, der gedreht wurde von den Marshaplanleuten, relativ unpolitisch. Die Story ist, ein griechischer Junge verliert sein Vater im Krieg, dann verliert die Familie auch den Esel, der die Landwirtschaft bewirtschaftet. So, und jetzt bekommen sie zugeteilt einen Mool aus Amerika und nur der Junge ist in der Lage mit dem Tier umzugehen und das Weitere möchte ich gerne im Bild zeigen. Natürlich kommt der Mool aus den USA, das ist gezeigt und eingebrannt, wo das herkommt. Ich soll das machen, die anderen werden damit nicht fertig. Sie sehen, Junge und amerikanisches Tier, hat den Gedanken, dass er sich einen Esel holt aus dem Dorf und weil der Mool so widerständig ist, sie zusammenspannt, damit er lernt, in Griechenland zu flügen und nach Storparzen lernt er das und dann haben sie hier vereint den Mool, den Esel, den da das Feld flügen, vorne noch die Großaltern, die sich abracken, sie haben also von vorne nach hinten den Fortschritt, sie haben Versöhnung des alten Kontinents in Form des Edels, mit dem neuen in Form des Moolies und sie haben die Hoffnung, die gesetzt wird auf die Jugend, weil die Alten können mit dem Mool nichts anfangen, der Junge ist in der Lage, dieses zu managen, die perfekte Erfolgsstory, Kind, Tier, Amerika, dieses Ding ist dann auch in neuen Sprachen synchronisiert worden. Hier haben sie ein anderes Beispiel, das ein österreichisches Plakat, sie kennen das, dass eben die Brücke zu Europa, da ist der entscheidende, das entscheidende Versatzstück ist in Amerika, ich will jetzt auf die Anschlussproblematik eingehen, hier ist auch, ja, Power kommt aus Europa, aber gewiss die Richtung gibt der amerikanische Schaufelstil vor, auch hier die Sonne scheint auf Europa und der Wohlstand kann erblühen, hier das französische Plakat von oben irgendwie amerikanischen Farben, trotz allem Licht aus Amerika, das sind schon halbgöttliche gewissermaßen Assoziationen, die da geweckt werden, bringen hier die Keime hervor und das ist ein klassisches Beispiel, whatever the weather, we only reach well for together, alle sind gleich, einer ist gleicher, das Führungsrat ist das Führungsrat der USA und dass dies fortlebt, sehen Sie hier in dem Poster zum 60-jährigen Jubiläum, der Marshall-Rede, dass natürlich die amerikanische Flagge etwas überdimensioniert dargestellt wird in diesem Ensemble. Kurz zur kommunistischen Propaganda, wir brauchen kein Marshall-Platel, kurbel die Wirtschaft selber an, das ist natürlich der Fuchs, dem die Traum so hängen und dann in Österreich, das sagt man euch, 60 Prozent aus Amerika, aber das macht euch nicht satt, ihr braucht einen Staatssozialismus, das garantiert die gerechte Verteilung und hier die gewissermaßen militärische Komponente in diesem tschechischen Plakat, also Marshaplan als Unterdrückungselement und hier die Nachempfindung im Grunde dieses Schiffs, was aber zerschmettern soll die angewisslustigen NATO-Verschwörer und Dollar-Imperialisten, die da mit der privaten Flagge sich so wird assoziiert widerrechtlich über die Meere bewegen, hier die Vertreibung des Friedensengels durch das Ensemble westlicher Kapitalisten in diesem russischen Plakat und hier von der französischen kommunistischen Partei eben hier wollen keine der Kolonie des Dollar-Imperialismus werden. Dem hat man dann seitens der USA entgegengestellt in der Diskussion der Wettkampf der Systeme die Werte der westlichen Demokratien also Freiheit wird hinzugefügt der Dreiklang Frieden Freiheit höherer Lebensstandard ist etwas was der kommunistischen Propaganda entgegengestellt wird hier auch in diesem österreichischen Plakat Friede Freiheit Wohlstand und dies ist ein Programm gewesen der Berlinale von vier bis sechs Selling Democracy das ist gewissermaßen das entscheidende Güten dieser ganzen Wettkampf der Systeme Diskussion dass man der kommunistischen Propaganda entgegensetzt und schließlich Amerika als Modell hier wird dann genannt die Produktivität es gibt einen Film Productivity the Key to Plenty und in diesem Film wird dem dargestellt dass durch die Produktivitätssteigerung in Amerika über die Jahrzehnte auch die Wohlstandsteigerung hervorgerufen wird das heißt also der Arbeiter in Amerika sich mehr leisten kann durch Produktivität als irgendwo anders in der Welt alle sollen besser leben ist der Slogan und außerdem werden die USA als integrationspolitisches Vorbild dargestellt alle sollen besser leben ist auch der Titel einer großen Rationalisierungsausstellung in Düsseldorf 53 die vor allem Wirtschaftsministerium vom Ministerium für den Marschabland und anderen veranstaltet wurde und dann hatte ich ja eben genannt die USA als integrationspolitisches Vorbild und hier wird in diesem ERP-Lentfilm Tom Schula Coppler-Statesman das ist eine fiktive Figur eine Geschichte erzählt dass eben ein Schussler in die Politik geht sich aufregt aufgrund seiner Erfahrung über die Zölle die Manzanus in Amerika sich einsetzt für den Abbau der Zollschranken und schließlich dazu beiträgt dass dieser Flickendeppich der ursprünglich 13 Kolonien überwunden wird sich in einer Einheit zu einer Einheit und die Botschaft ist wenn ihr Europäer so macht wie wir dann werdet ihr auch zu einer Integration kommen ihr werdet in Wohlstand leben und ihr braucht nur unsere Methoden zu übernehmen und ich möchte dann zum Schluss ein paar Bemerkungen nur noch machen über Hegemonie durch Demokratie die Vorteile der amerikanischen Integrationspolitik in Europa liegen auf der Hand es ist allerdings und da muss man die Nachteile erwähnen es ist eine westeuropäische Integrationspolitik die die Spaltung Europas herbeiführt für bis mindestens 89 in den Köpfen etwas länger dann hat diese Politik den Vorteil diese Integrationspolitik dass man zu einer doppelten Einlärmung kommt nicht nur ein Bollwerk wird errichtet gegen den Kommunismus sondern eben auch wie schon erwähnt gegen vor allem die deutschen Ambitionen die Deutschen werden zwangseingebunden und tun das auch gerne weil es für sie indirekter Macht gewinnt in die europäische Integration und die Frage ist jetzt Empire by Integration der schwedische Historiker norwegische Historiker Gerhard Lundestat hat diese Frage in einem Buch aufgeworfen und die Antwort lautet jawohl Integration ist genehm aber Integration nur wenn sie stattfindet aus amerikanischer Sicht im transatlantischen Rahmen dies ist möglich bis mindestens in die 60er Jahre dadurch dass Europa ist für Amerika ein Empire by Invitation auch eine Wortprägung von der Lundestat weil nämlich die europäischen Staaten mit wenigen Ausnahmen bereit sind diese amerikanische Führungsrolle zu akzeptieren und auch die Geburtshelfer Amerikas bei der europäischen Integration positiv bewerten und schließlich gehört zu diesem Hegemonieanspruch der USA dass die Pax Amerikaner ein alternativloses Modell ist das heißt bei allen Diskussionen über Demokratie und Selbstbestimmung in der Gegenwart darf man nicht vergessen Demokratie bedeutet für die USA immer Demokratie mit einer privatkapitalistischen Wirtschaft und Selbstbestimmung bedeutet der amerikanische Historiker William Erkund Williams hat das Verb geprägt to self-determine dass die Selbstbestimmer angeleitet werden aus Washington wie sie sich selbst zu bestimmen haben nämlich nach ausschließlich amerikanischen Ordnungsvorstellungen das heißt diese vorerst gescheiterte Demokratisierung des Nahen Ostens mit George Bush ist kein neues Konzept nur grauenhaft in die in in im Zweck gesetzt und sie haben hier diesen Führungsanspruch kodifiziert in dieser Fahne in diesem Plakat das 1945 um die Welt geschickt wurde eben diese Fahne erhält das Recht zu be das respektive national symbol in der Welt und es ist Wasser ich bedanke mich aufmerksam ganz herzlichen Dank für diese ich denke sehr faszinierenden Ausführungen Mischung aus Krieggeschichte Filmausschnitt Geschichte Überblick die großen Zusammenhänge der amerikanischen Europa und Weltpolitik sind sehr deutlich geworden vom Ersten Weltkrieg im Roosevelt und im Grunde ist die Geschichte des Marshall Plans eingebettet worden in die großen Zusammenhänge der amerikanischen Europa und Weltpolitik und wir haben gesehen wie man mit zeitgenössischen Propagandamaterialien Portüren Plakaten entsprechend auch offensichtlich Werbung machen musste für dieses Projekt weil es nicht so selbstverständlich akzeptiert worden ist Malgré tout stand unter einem Plakat trotz alledem wurde den Franzosen vermittelt gibt es Vorteile gibt es entsprechende Verschiedmöglichkeiten auch für die französische Wirtschaft für die französische Ökonomie Historiker in Frankreich haben diese Zeit auch geschrieben als Zeit der Erniedrigung französischer nationaler Interessen weil es offensichtlich kam eine Alternative Gabe der Marschallplan auch für Frankreich in den ersten Jahren alternativlos gewesen ist wir haben jetzt die Möglichkeit Kollegen Schröder zu fragen Fragen zum Vortrag aufzuwerfen zu den einzelnen Plakaten die Frage aufzuwerfen wie man solche Materialien kommt Kollege Brams unser UB Direktor ist aufgekommen hat die erste Frage bitte schön folgende Frage inwiefern hat sich eigentlich die Aufmerksamkeit der USA verschoben von Westeuropa in den Osten vor allem den Nahen Osten hinein vielleicht auch seit Jimmy Carter und der Geiselnahme in Teheran nachzuwirken scheint bis auf den heutigen Tag Frage 1A sozusagen und 1B angeknüpft wenn es denn Linien in der amerikanischen Außenpolitik gibt inwiefern werden sie denn von den sogenannten Think Tanks aus Washington beeinflusst ja also die erste Frage geht praktisch schon auch in die Gegenwart rein ich würde sagen dass Europa eine Abminde tendenziell Bedeutung hat in dem Grand Design der amerikanischen Außenpolitik seit den frühen 60er Jahren ich habe das jetzt hier aus Zeitgründen nicht ausgeführt die Diskrepanzen zwischen Adenauer und Kennedy resultieren nicht daraus dass der junge Katholik oder der alte Katholik sich nicht verstanden haben sondern dass hier strukturelle Verschiebung stattfind Kennedy war in der Meinung dass die Auseinandersetzung mit dem Kommunismus in erster Linie in der Nicht-Industriellen Petraferie stattfindet also da würde auch der Nahosten dazu zuhören aus heutiger Sicht aber vor allen Dingen also Vietnam und Lateinamerika hier ist also ein Gewichtsverlust zu bemerken und es ist ja sicher kein Zufall dass Henry Kissinger sich bemüßigt sagt ich glaube das Jahr 73 als Year of Europe auszurufen um gewissermaßen zu revitalisieren die Beziehung zu Europa Sie haben hier das Problem gewissermaßen einer Liaison die sich auch abgenutzt hat man war der Meinung das ist selbstverständlich dass die Europäer nach der amerikanischen Pfeife tanzen und es gab dann eben neue Prioritäten also der Nahosten hat ja zwei Hauptsäulen die Sicherheit Israels und der freie Fluss des Öls das zieht sich kontinuierlich durch und Sie haben ja interessanterweise Kater genannt ausgerechnet dieser Menschenrechts Politiker hat ja besonders hart reagiert auf die sowjetische Invasion in Afghanistan und zwar nicht mit dem Argument zu Menschenrechtsverletzungen sondern wenn ihr noch näher an unsere Ölquellen herankommt an unsere westliche Ölversorgung dann ist für uns also Gefahr im Verzug da würde ich sagen ist eine Tendenz erkennbar und ein Teil der gegenwärtigen Probleme resultiert aus diesem Problem dass eben die USA eine globale Führungsmacht ist die die Notwendigkeit der Kooperation mit Europa in dem vollen Ausmaße zeitweilig vernachlässigt haben bis hin zu dem Scherbenhaufen den die gegenwärtige Präsidentschaft hinterlässt jetzt war 1b jetzt habe ich 1b vergessen kein Stichwort die sind ja ja ich würde sagen die Thinktanks in Washington sind ja eine besondere Institution und die machen alles sie haben von den konservativen Thinktanks haben sie die Modelle von den etwas moderateren jene Modelle also sie haben hier keine sagen wir keinen Vorschlag für eine langfristige amerikanische Politik sondern auch die Thinktanks sind relativ kurzabend angelegt weil sie ja finanziert werden durch Spendengelder und sich dann doch zu aktuellen Problemen aktuell äußern müssen und natürlich gibt es so Untersuchungen wie etwa auch vom German Marshall Bank über Trends in den Public Opinion oder so weiter aber die Thinktanks werden meiner Meinung nach als Vordenker für klare Außenpolizei auch in politische Richtungen überschätzt Herr Schneider ist die nächste Frage bitte Thinktanks sind auch einfach sehr viel schlechter als man glaubt für amerikanische aber das ist was anderes ich habe zwei Fragen das eine ist das hat Herr Geller schon direkt angesprochen ich glaube ein ganz wesentlicher Teil der amerikanischen Politik nach dem Zweiten Weltkrieg war auch eine Politik gegen Frankreich also gegen diesen Teil der ja schon in den 30 späten 30 und 40 Jahren nicht ganz so einfach war auch im Hinblick auf die Zusammenarbeit auch die teilweise vereinte Kriegsführung zum Beispiel in der Türkei und Syrien dann die Nazi-Deutschland und Frankreich so Vichy Frankreich ja zusammengekämpft zusammen geschossen gegen die Engländer also da ist etwas übrig geblieben was ja dann auch in diesem nachklappenden sozusagen Siegermacht zweiten Ranges auch zum Ausdruck kommt also diese Schlussrichtung würde ich da noch etwas vielleicht etwas sagen könnten das andere was ich generell mich frage ist die Stellung der Generationen in diesem Prozess einerseits die amerikanische Politik scheint mir in wesentlichen Teilen auch dadurch bestimmt zu sein dass sie teilweise von den Exzellenten aus Europa sozusagen informell auch geträgt wird über die Hochschulen zum Beispiel und dass die in der Schülergeneration dann auch noch einigen Einfluss haben dass aber dann dieses ja auch das Wissen um Europa ausdünnt mit Volk und das dann in den 60er, 70er Teilen Unschlag passiert auf der einen Seite auf der anderen Seite in Europa die Frage der Generation die Marschallpropaganda schlägt durch kommt an bei der unmittelbaren Kriegsrementation bei den Kindern dann nicht und das sind die Leute die dann die 60er Aktion machen wo dann sozusagen auf ideologischer Grundlage die Vorherrschaft von Amerika zusammenbricht und seitdem hat Europa eigentlich bei der bei einem sehr vielen Teil der Intellektuells an Intellektuellen Europas ein Negativbild und zwar auch dass nichts mit diesen Generationsverschiebungen zusammenhängt der dann auch vielleicht in manchen fast gravierender oder das ist vielleicht stärker mit dem auch mit dem Zusammenbruch das Ausflug zu tun hat dass bis dahin diese einfache Konfrontation konnte der Osten seine Ideologie pflegen aber mit dem Studentenrevolte und diesem ganzen Drum diese ganzen Wende ist auf einmal der Westen genauso gut theoretisch gewesen auch auf der Linkentheorie weil das nicht mehr theoretisch war da wurde dann gearbeitet und da haben die das ideologische und analytische Vordenken auf der Linkenseite ihr vorgewicht verloben das ist ein neuer amfüllender Vortrag ganz wichtiges Problem die sagen wir mal die Austausch gegenwärter und potenzieller Zukunft der Eliten hat ja die Blütezeit durch die einmal durch die Erzune Immigration und dann auch in den späten 40er und frühen 50er Jahren es gibt kaum einen deutschen Industrieführer der älteren Generation die jetzt so abtritt der nicht geprägt wurde durch Aufenthalte entweder im Studium in den USA oder Gastprofessur oder aber in einer amerikanischen Firma als Gast und so weiter und hier hat man es versäumt das ist ein Versäumnis der Kulturpolitik auch auf beiden Seiten nachzufüttern das ist also glaube ich ein wichtiger Punkt dann was die jüngere Generation natürlich war vor allen Dingen in Deutschland und Österreich überwiegend Zustimmung und Dankbarkeit es gab ja in Deutschland niemanden der Marschaplan abliegt aber in Frankreich sie haben es angekommen hat es zum Beispiel Arbeiter gegeben die am Anfang sich geweigert haben Marschaplan Schiffe zu entladen weil sie sagen das ist Dollar im Realismus und so weiter und es gibt auch französische Filme wo aus Versehen also in der Kneipe da ein Bistro da ein Arbeiter einen Schluck Cola nimmt der muss sich übergeben ganz schnell und Rotwein runterspülen um überhaupt überleben zu können also dieser antifranzösische Effekt wie zu Werder komme ich gleich auch noch zurück also diese Generation dann ist natürlich haben durch diese Remigranten und die Leute die in Amerika studiert haben haben wir überwiegend ein idealisierendes Amerika-Bild präsentiert bekommen das nie enttäuschungstest gemacht wird und mit dem Vietnamkrieg kommt also jetzt mal für die Linken die Fratze Amerikas heraus da wird gesagt mein Gott wozu ist Amerika fähig also Milai zum Beispiel steht steht dafür und hier kommen dann zusammen gewissermaßen die Auflehnung gegen die ältere Generation die angebliche Auflehnung gegen die Ex-Nazis hier kommt auch die sagen wir mal linke Gesinnung wobei links damals ganz harmlos war in der Regel und dann braut sich das zusammen zu einem anti-amerikanischen Effekt sodass in der Tat in deutschen Großstädten die Leute durch die Ho Chi Minh riefen und dass eben so Leute wie Che Guevara und Ho Chi Minh so bei einigen Studenten Ex-Kult-Stadels erreichen und das würde ich sagen ist eben zum Teil Ergebnis einer zu idealisierenden Amerika Darstellung die dann umschlägt in eine überzogene Kritik aber gesellschaftlich dann sehr breit war die Wörter haben dann kein Ho Chi Minh gehabt und kein Che aber insgesamt die Amerika Skepsis war damals sehr sehr breit aber also ich würde mal sagen wenn man es anguckt in den Umfragen wer ist der wichtigste Partner der Bundesrepublik bis George W. Bush führen die USA und der Knick kommt erst danach dass dann Bundesbürger sagen Frankreich ich würde mal sagen dieser anti-amerikanische Effekt ist mehr Ergebnis auf eines Trusses der Abhängigkeit der umschlägt in eine kulturpolitische Überlegenheit und Arroganz dass man dann sich fürchtet gewissermaßen in die ja kulturelle Überlegenheit gegenüber den Newcomers der USA zu Frankreich würde ich sagen das ist eine sehr sehr delikate Angelegenheit bis George W. Bush war auch ungeachtet aller Kriegen am Ende immer noch die gemeinsame Geschichte als das Stichwort Lafayette die Tatsache dass die Franzosen die Amerikaner im Unabhängigkeitskrieg unterstützt sind ist im kollektiven Gedächtnis ganz ganz tief verankert und wir sehen das auch daran wie schnell Vakussi mit so ein paar billigen Gags die Publizistik auf seine Seite hat bringen können durch Anspielungen also dass man doch gemeinsam für die Sache der Demokratie eingetreten ist und ich glaube es gibt so eine Möglichkeit dass sich diese Irak Probleme schrittweise überlagern lassen die Situation der Amerikaner in Süddeutschen also in die Amerikaner vorgesehnte Zone hineinbraten nicht das ist ja glaube ich ein wesentliches Trauma von De Gaulle gewesen ich glaube er hat es nie verziehen den Amerikanern diese Niederlage der Rausch aus zum Beispiel aus Flügel muss man ja sagen De Gaulle hat ja enormes geleist er hat Frankreich mit einer Handvoll Soldaten als Großmacht etabliert mit Sitz im Sicherheitsrat und daraus resultiert auch eine gewisse französische Arroganz als Mitterama gefragt wurde in einem Interview ob es nicht an der Zeit wäre für Europa ein Sicherheitsrat zu verlangen hat er gesagt ich glaube Europa ist durch Frankreich und England gut vertreten Punkt also das Verhältnis zu Frankreich ist sehr störanfällig aber wenn es wirklich auf Hauen und Stechen kommt glaube ich ist die Solidaritätsachse relativ stark bitteschön ich würde mal das Gewicht des Warschabplans interessieren die richtige Zahl ich in Erinnerung habe bei der 1947 13 Milliarden Warschwerden ja was würde das 50 Jahre 60 Jahre sind es ja danach gewesen in heutiger Kaufkraft bedeuten ich glaube das wird ist heute gar nicht mehr so präsent und wie schwer war das deutsche Gericht an diesen gesamten Warschabplans also Sie meinen wie viel Deutschland bekommen hat das war die erste Frage und was sind die 13 Milliarden von damals in Kaufkraft etwa heute das gibt es genau also diese 13 sowieso Milliarden wenn man das hochrechnet auf heute wären das ungefähr 100 Milliarden Dollar das ist wenn man anguckt was also an Transferleistungen in die neuen Bundesländer gewandt und das was im Irak verheizt wird sind das wirklich Peanuts das ist ja das Phänomen und Deutschland hat etwa 2,3 Milliarden bekommen aber Deutschland als Einzelland nicht geschenkt bekommen das ist also auch im kollektiven Gewinn durch die Propaganda etwas verzerrt Deutschland hat es bis auf einen kleinen Rest zurückgezahlt vorzeitig weil die Wirtschaft floriert und hier ist es in der Tat gelungen also dieses Roosevelt hat in der Wirtschaftskriebe das Bild vom Pump Priming gemacht ich weiß nicht meine Großeltern hatten im Garten noch so eine Pumpe und wenn der Winter vorbei war musste man erstmal ein Glas Wasser damit das Gummi wieder die Wende und dass das wieder funktioniert und dann kommt man wieder pumpen das heißt nur die Anschub Finanzierung das war wichtig und ich glaube ich bin hier nicht auch eingegangen die psychologische Wirkung Sie müssen sich vorstellen da wird angekündigt aus Amerika kommt Hilfe und dann ist auch der Betrieb der für seine ganz guten Kunden noch zwei Ballen Baumwolle auf die Seite gelegt hat der sagt jetzt kann man die Folgen gehen wenn da wieder was kommt ich erinnere mich wenn ich als Zeitzeug sprechen darf dass bei der Währungsreform mein Vater es gab ja erst 40 Mark Kopfquote hat mir eine Mark Taschengeld gegeben mein Gott das ist ein 40. des Gesamtvermögens das muss ja ein enormes Vertrauen sein dass das weitergeht wenn man das riskiert so viel gewissermaßen und da ist es also die Anschubfinanzierung und die Überwindung von Engpässen in Schlüsselnotfällen das noch alles spielt dann natürlich der Wohnungsbau die Erkenntnis dass ohne Wohnung die Arbeiter nicht so untergebracht sind dass sie vernünftig arbeiten können keine Leistung erbringen kann dass man die Arbeiter im Ruhrgebiet nicht nur mit Dittlitz Köpfen ernähren kann sondern dass da schon ein bisschen mehr dazu gehört und so weiter aber das ist das Phänomen das aus heutiger Sicht fast unvorstellbar ist mit wie geringen finanziellen Mitteln dieser ganze Prozess in Gang ist Frage noch Entschuldigung bitte Herr Jan Ich würde mal interessieren was diese kommunistische Propaganda eher ausgelegt hat war es der Marschallplan und damit die befürchtete Einflussnahme der USA oder war es tatsächlich Cannons Artikel der so starke kommunistische Gegenpropaganda ausgelöst hat und gab es auf diese Gegenpropaganda wieder Gegenpropaganda des Westens Also dieser Kennen Artikel ich glaube das ist mehr was für Historiker und damals für Intellektuelle das ist nicht der ist ja auch zunächst anonym in Vor-Effers mein Gott wer liest Vor-Effers also das ist mehr so für die Führungseliten und für die heutige Forschung ein Meilenstein es ist mehr Ausdruck natürlich eines Denkens das sich in konkreter Politik manifestiert in der Abgrenzung zum sowjetischen System und bei der Propaganda ist es so dass es in der Tat eine Propaganda Schlacht ist dass also die Argumente hin und her gereicht werden in der DDR haben sie das natürlich deutschsprachig und in Österreich dass eben die These vertreten wird das kapitalistische System hat uns in den Krieg geritten bankrott gemacht wir müssen aufbauen ein neues Wirtschaftssystem was also gerechter ist wir wissen dass das nicht gelungen ist aber das hatte damals eine gewisse Attraktivität und wie gesagt auch dann die Ausstrahlung dieses Systems auf die nicht kommunistische oder kommunistische Linke in Westeuropa aber das Beispiel Arbeitsbeschaffung was ich erwähnt habe wäre dafür ein Beleg dass man behauptet der Marschallplan schafft Arbeitslosigkeit und dann wird eben Zurückargument gehen nein der schafft Arbeit ein anderes Argument ist der Marschallplan führt dazu dass Deutschland ausgebaut Westdeutschland ausgebaut Rohstoffe fließen ab mit Rohstoff ist Kohle gemeint fertig waren werden importiert das heißt die deutsche Arbeitskraft kommt gar nicht zur Geltung und ein Hotspot für die Propaganda ist Wien und Hotspots sind Wien und Berlin dort ist es so dass in Österreich noch stärker dass also dann Marschallplan Plakate plakatiert werden im Ostsektor Mauer und die werden dann sofort überklebt runtergerissen mit Gegenargumenten und in West-Berlin hat man eben den großen Vorteil dass ja die Mauer erst 1961 gebaut wird das heißt die Bevölkerung aus dem Osten kommt zu diesen Marschallplan werden auch befragt was sie dann alles darüber von bestimmten Dingen halten und man kann dann in der Propaganda ganz gezielt auf die Vorwürfe reagieren ein Vorwurf aus dem Osten ist eben Amigo Hum das kostet eine stange Geld die ganzen Besatzungsgelder und so weiter das ist also letztlich eine Argumentation die sich fortsetzt bis Gorbatschow also das europäische Haus wo also die USA kein Gästezimmer haben soll und da ist also geht es wirklich permanent hin und her und es ist ja so dass das was ich Ihnen gezeigt habe ist nur die Spitze des Eisbergs es gibt inzwischen drei CD-ROM und DVD Publikationen mit Postern aus der sowjetischen Besatzungsregion aus der DDR wo also die ganze Palette der Argumente nachvollzogen werden kann die da präsentiert ist Fragen noch an Herrn Schölder bitte noch eine Frage würden Sie die Aktion der Amerikaner mit den Care-Paketen auch in diesem Bereich der vorbereitenden Propaganda für den Marshallplan einbeziehen wollen? also ich würde behaupten dass diese Care-Pakete sind Ausdruck einer humanitären Gesinnung des amerikanischen Volkes in erster Linie aber Doppelvolk es gab das habe ich Ihnen jetzt nicht gezeigt es gab ermäßigtes Porto für so praktisch also wenn man was in die DDR geschickt hat ermäßigtes Porto für Liebesgabensendungen nach Europa war und da hat sich der Marshallplan gleich langgehängt nämlich die so gestaltete die Labels die man aufkleben musste dass der Eindruck entstand das ist Marshallplan obwohl es gar nicht Marshallplan drin es stand Marshallplan drauf ermäßigte Gebühr für Hilfsgabende das wurde darauf geklebt dass das humanitäre private Aktion war ist mir klar aber gibt es Erkenntnisse darüber dass das so wirklich drüben in den Staaten auch in gewisser Weise Sie haben es jetzt vielleicht angedeutet auch gesteuert war in Vorbereitung auf die Marshallplan Also das ist eine verdammt gute Frage die ich nicht verantworten kann aber die man untersuchen müsste ich darf in jedem Zusammenhang eine andere wir haben keine Zeit mehr den Film zu zeigen den Ausschnitt eine andere private Aktion nennen die Wahlen von 48 in Italien standen unter der Furcht da könnten die Kommunisten oder hat man in Amerika an die Italoamerikaner Vorlagen verteilt was sie ihren Verwandten in Italien schreiben können und dann war der Text etwa so wenn bei euch sind wir jetzt wahr an wenn da die Kommunisten sieben dann können wir euch keinen neuen Hausschuh keine neue Unterbräsche mehr schicken dann wird das alles nicht mehr möglich sein hört doch auf die Stimme des Vatikans denn die wissen wie man wählen muss und das wurde in so einer nicht Postbruch Sendung das war alles rankiert individuell und es gibt einen Film der gemacht wurde Ende der 80er Jahre Letters from America wo das zusammengestellt wird dass es einen Atem stoppt und das geht genau in diese Richtung es war halboffiziell gesteuert aber der Eindrucksstand entstand dieses ganz private Sorge der Menschen jenseits des Atlantik ich würde gerne noch eine Frage Sie haben ja die Ambivalenz die Zwiespältigkeit des ERP aufgezeigt und für Deutschland und letztlich auf Europa hat der Marshall Plan ja auch die Teilung bedeutet gibt es in den internen Papieren Vorbereitungskonzepten für Marshall Plan Propaganda in Westeuropa auch hin weil das noch mit dieser Gefahr der Wirkung oder der Gegenpropaganda zu rechnen habe wie man damit umgehen müsse oder war das im Grunde gar nicht so ein großes Problem die Frage also wie weit sind die Folgen des Marshall Planes mit Teilung für Deutschland und letztlich ja auch für Europa verbunden wenn eben die Sowjetunion Njetz und ihre Verbündeten und ihre Satelliten ausschließt und ein zweiter Punkt wir müssen ja auch sehen es gibt eine Rezeption des Marshall Plans das war insgesamt aus amerikanischer Sicht ein ausgesprochenes Erfolgsprojekt gar keine Frage interessant ist ja in weiteren Verlauf zu betrachten wann spielen Debatten über einen Marshall Plan wie eine Rolle ein Marshall Plan für die dritte Welt hat der Madrono Kreisky in den 70er Jahren vorgeschlagen daraus ist nichts geworden ein Marshall Plan für Mittel und Osteuropa wurde in intellektuellen Kreisen diskutiert nach 1989 90 ist auch nichts daraus geworden gibt es eigentlich auch Forschung oder Hinweise wie amerikanische Politik auf ein mögliches Revival von Marshall Plan Modellen reagiert hat oder war das so erfolgreich dass man nicht geglaubt hat das kann man gar nicht wiederholen das ist einfach nicht mehr zu toppen der erste Punkt da hat man sich über die Teilung Deutschlands bei den Genesis das European Recovery Programm keine allzu großen Sorgen gemacht und das spielt nach meiner Kenntnis also auch in der begleitenden Propaganda keine Rolle man hat wohl dann im weiteren Verlauf also das fängt jetzt nicht mit dem Marshall Plan direkt zusammen der 50er Jahre vor allen Dingen wo ich die Akten ein bisschen kenne sich sehr viel Sorgen gemacht mehr als die Deutschen über die deutsche Frage man hat gesagt mein Gott wenn die Deutschen jetzt auf irgendwelche Verlockungen aus dem Osten reinfallen was machen was machen wir da man konnte sich gar nicht vorstellen in diesen sagen wir mal Abteilungen mit State Department dass die Westdeutschen sich so abgefunden haben mit der Teilung und dass eben diese geniale Strategie von Adenauer also was sei dass ich wieder Vereinigte Westintegration dass das so voll aufgegangen war und das war ja auch sehr bequem also zu Weihnachten das Päckchen in den Osten 17. Juni Kerzen in die Fenster und freier Tag und ansonsten konnte man den Wohlstand kürzen und was soll's also das ist der eine Punkt und der andere war die Bezüge auf den Marschallplan na ich glaube das ist ein Selbstläufer wenn Sie mal bei Google eingehen im Marschallplan werden Sie ertrinken und es wird ja alles also ob das der Nahost ist und so weiter wird aber ich glaube das verstärkt diese von amerikanischer Seite verstärkt das in die Debatte gebracht worden ist nochmal sehr intensiv seit Beginn des neuen Jahrhunderts weil nämlich die gewissermaßen die Rückbesinnung auf dem Good War dem Zweiten Weltkrieg eine enorme Rolle spielt zur Legitimierung auch des Gegenwärtigen oder der gegenwärtigen Kriege und das Bedürfnis nach der Dokumentation von Erfolg das ist ja das Problem dass also die amerikanische Kriegführung ja nicht sehr besonders erfolgreich ist wenn man von dem Weltkrieg absieht aber die Kriege in der Pädophilie haben ja meistens einen Klummerhaufen hinterlassen und da würde ich mal sagen ist das etwas verstärkt auch vielleicht von Regierungsseite gesteuert aber eigentlich ist es ein Selbstläufer weil im kollektiven Gedächtnis der Marshallplan als Erfolgsmodell so verankert ist dass es eigentlich nicht notwendig ist das zu steuern ich darf Ihnen ein Beispiel erzählen ich war im Public Record und habe den Archivar gefragt wie ist es denn mit Plakaten zur Marshallplan Propaganda was hat er mir gesagt als wäre ich begloppt wie können Sie denn danach fragen für so ein erfolgreiches Programm braucht man doch keine Propaganda zu machen das ist gewissermaßen so verankert als Erfolgsmodell wobei wenn man das jede Frage jetzt mal auf die Bundesrepublik bezieht es keinen Staat gibt auch Österreich nicht der so gezielt Marshallplan Erinnerungskultur gepflegt hat wie die Bundesrepublik weil es immer auch eine Möglichkeit war für die Regierenden die transatlantischen Beziehungen zu betonen zu untermauern man darf hier nicht vergessen dass bis also zu der Wahlniederlage von Helmut Kohl 98 die guten Beziehungen zu Amerika das letzte Gütesiegel für einen deutschen Kanzlerkandidaten waren trotz aller Spannungen auch die SPD Kanzlerkandidaten sind ins Weiße Haus geeint 53 bei der Bundestagswahl hat man sich total kalkuliert es ist ein totaler Mädel gegangen nach dem Motto Eisenhauer hebt Adenauer und so weiter und dann hat man 57 Plakate geklebt also Ollenhauer ist da ins Weiße Haus gereist und der Einschlag und so weiter anfangs dass die Sowjetunion keine Gelder bekommen hat von Amerika für Reparaturen und so weiter und das ist wahrscheinlich erfolgt nach dem Krieg dass Russland die Sowjetunion nichts bekommen hat und wahrscheinlich weil Churchill gesagt hat wir haben das falsche Schwein geschlackert nicht naja es ist einfach die Konfrontation ich glaube dass Churchill keine Rolle mischt wir haben uns ja vorhin zu erhalten Churchills Zurück der Rede Europa Verein muss sich vereinen das ist reine Show also mehr ist das der hat gewusst wenn man nochmal in die Schlagzeilen kommen will dann muss man jetzt was für ein Verein des Europas was sollte man sonst sagen 1946 also für ein zerstörtendes Europa konnten wir ja schlechte Augen haben ich glaube dass die Vorstellung auf der bei den amerikanischen Führungseliten ist dass man die Sowjetunion den finanziellen Hebel also die Verweigerung von Hilfe benutzen wollte als Instrument zur Erreichung von politischen Wohlverhalten man hat eben dort wo man überlegen war versucht die Sowjetunion an die Kandara zu nehmen es gab in Amerika übrigens da unterschiedliche Meinungen Henry Stimson der Verteidigungsminister hat noch während des Krieges als diese Anfrage kam von den Russen Anfang 1945 wie ist das könnt ihr 6 Milliarden locker machen gesagt wir sollten denen sogar 10 Milliarden geben denn der Aufbau der Sowjetunion ist etwas von dem wir auch profitieren und so weiter und das würde auch unseren Goodwill dokumentieren aber bei Truman hat sich die Erkenntnis dann durchgesetzt also harte Abgrenzung gaben das benutzen wir als Instrument um die Sowjets zur Räson zu bringen Obwohl sie vorher die Sowjetunion unterstützt haben Ja wenn sie also wenn sie also sich die Propaganda im zweiten Wettlich angucken die Amerikaner haben über Frankreich Kindermalbücher abgeworfen mit Onkel Joe wo man dann ausmalen konnte der gute Onkel da in Kremme das hat sich da natürlich relativ schnell verfügt zu einem Teil glaube ich sollte man aber auch noch in Betracht ziehen zu diesem Erfolg des Marshall-Plans dass ein Teil gerade auch der Industrie der Industrieführungen in Deutschland aber auch in weiteren darüber hinaus in Europa seinerseits schon längerfristig westorientiert war das hatte die Nazi-Propaganda zwei Teile weiter verdeckt war Abula Teta da gibt es ein massives Erbe aus den 20er Jahren das da sehr interessiert von ist mit Amerika da in wirtschaftlich sozusagen einen Auslauf zu machen das die Westorientierung ist nicht ist latent da gewesen verdeckt und wurde jetzt teilweise hochgemonitiert also das erklärt meine ich ein Teil des Erfolges von vornherein schon das ist die eine Frage die andere Frage ist während der Zeit dieses Erfolgsmodells war Masha von Europa kommt ja der Zusammenbruch oder der Abstieg Lateinamerikas gleichzeitig Lateinamerikas ist kurz nach dem Krieg sehr weit oben und sozusagen von den 15 Jahren der kontinuierliche Abstieg bis in diesen Auflandes Fristen wie das Zusammenhang also der lange Weg nach Westen Heinrich August Hitler da ist natürlich die Weimarer Republik auch eine Etappe und bis hin zu Hitler der ja sagen wir ein ambivalentes Amerika wird wo die Faszination für die Massenproduktion also Fließbandproduktion ja durchaus vorhanden war also es ist ja auch so dass durch die amerikanischen Investitionen in Westeuropa mit Schwerpunkt Deutschland übrigens natürlich auch die Führungseliten zum Teil westlich orientiert sind und selbst sagen wir mal eingefleischte Nazis am Ende des Weltkrieges erkannt haben also wenn es weitergeht dann nur mit den Amerikanern und wenn man mal guckt die haben ihr Bankkonto aufgelöst in Leipzig ein Poschba-Buch genommen weil sie wussten das kann ich mitnehmen und das kann ich da drüben wieder einnehmen also da mal diese Erwartung an Amerika die ist also und die Hoffnung auf Amerika mit Sicherheit viel viel früher vorhanden und mit ganz großer Sicherheit in den 20er Jahren habe ich den anderen vergessen ach so Lateinamerika also ich würde sagen Lateinamerika erlebt sie meinen im zweiten Weltkrieg nach dem Salvin während des Marshall-Plans kommt die aber es hat diese Frage gegeben an Will Clayton einer der Architekten der ökonomischen Planungsmarschalas sollten wir nicht sowas auch für Lateinamerika machen die Lateinamerikaner haben ja große Anstrengungen im Krieg und so weiter die ganz brutale Antwort knapp und bündig kommt nicht in Frage der Marsha-Plan ist ein Wiederaufbauprogramm Lateinamerika ist ja noch gar nicht entwickelt ist sofort abgeschmettert worden hier liegt ja auch sagen wir mal das fundamentale Missverständnis wenn man einen Marsha-Plan für alles erklärt Afrika Indonesien dass der Marsha-Plan und sein Erfolg kam heraus resultiert dass es ein Wiederaufbauprogramm war das heißt die Infrastruktur war zwar beschädigt aber grundsätzlich vorhand industriell verkehrstechnisch und so weiter während es sich ja in Lateinamerika in dieser Zeit und sonst in den meisten Teilen der Welt wo dieser Vergleich reingezogen wird um eine Entwicklungspolitik handeln würde der Vergleich also völlig winchig Sie haben darauf hingewiesen dass die Rede von Churchill im Jahr 1946 überbewertet ist interessant ist dass man in Europa mehr über diese Rede spricht mehr diese Rede zitiert die eigentlich nur 17 Minuten gedauert hat und wie Sie sagen eher was naja fast Selbstverständliches was aber denke ich weniger beachtet wird in der Forschung ist eine Rede die im gleichen Jahr gehalten wird 1946 die Rede von Burns die Stuttgarter Rede die viele als eine Wende in der amerikanischen Deutschlandpolitik interpretiert haben und interpretieren wie steht diese Rede von Burns die vielen Deutschen auch der Kriegsgefangenschaft wieder Hoffnung gegeben hat auch die Erwartung gesteigert hat wie steht diese Rede von Burns der dann in weiteren Folge keine Rolle mehr spielt im Kontext der Ankündigung von Truman Containment im März und dann der Rede von Marshall der berühmten von Juni 1947 kann man das zusammen herstellen aber sind das doch getrennte Stränge nein ich würde schon sagen dass die Amerikaner sehr schnell ungeachtet also von Fraternisierungsverbot und all diesen offiziellen Bestimmungen sehr schnell dazu übergegangen sind in Westdeutschland eine ganz pragmatische Wiederaufbaustabilisierungspolitik zu betreiben und diese Burns Rede wird ja auch Sie haben das angesprochen als Speech of Hope bezeichnet und an die Deutschen das Signal also ihr werdet nicht ewig unterdrückt es gibt für euch eine Chance also wenn ihr euch vernünftig eingliedert in das westliche System dann ja die Ankündigung und das ist ganz klar gegen die Sowjets gerichtet wenn ihr weiterhin Absprachen über Deutschland blockiert dann müssen wir praktisch vorgehen dann müssen wir eben zunächst bei zwei Zonen zusammen das ist ja die Ankündigung auch des Zusammenschlusses der britischen amerikanischen Zone und diese Burns Rede hat naturgemäß im amerikanischen Gedächtnis einen größeren Stellenwert oder nicht naturgemäß erstaunlicherweise einen größeren Stellenwert als im deutschen und als Anmerkung möchte ich nur sagen es gab ja eine große Feier am letzten Oktober in Stuttgart und es war aus meiner Sicht ein schwerer diplomatischer Fehler von Frau Merkel dass sie da fünf Minuten nach zwölf abgesagt hat obwohl sie also auf der Rednerliste stand und nicht erschienen ist wegen irgendwelcher Koalitionskernel in Berlin und da ging also schon ein unangenehmes Raum durch die amerikanischen Teilnehmer dass das also ein anderer Punkt warum und wir haben die Rede von von Marshall erwähnt warum dieser dramatische Appell von Churchill so viel Gehör findet ist natürlich Travis ist der Charakter ich meine selbst wenn er Unsinn redet hat er das zur Kenntnis genommen und dann dramatisiert er eben wir auch wir müssen uns einigen während er die Marshall Rede bewusst herunterspielt diesen sagen wir mal die amerikanische Führung weil er sagt ihr Europäer ihr müsst ein Signal geben dass sie zusammenarbeitet wir können nur gewissermaßen anregeln wir können nur Impulse geben und das eignet sich natürlich als Fixpunkt nicht so gut wie so eine Drama aber ich würde sagen die Churchill ist eine typische Schulbuch Kölnrede das macht sich gut das ist vorwärts gerichtet und so weiter aber es ist letztlich ohne Substanz und es ist bedauerlich dass sie überall immer abgedruckt ja meine Damen und Herren ich glaube wir haben einen sehr interessanten Abend erlebt sehr anregende Ausbildung und eine sehr spannende Diskussion mit vielen Punkten die deutlich gemacht an die reiche Vortrag waren die vor allem komplex und reich das Thema ist herzlichen Dank Ihnen Herr Schöller fürs Kommen für diesen Vortrag mit dieser Visualisierung des Marshall-Plans des europäischen Wiederaufbauprogramms und auch Ihnen herzlichen Dank fürs Kommen für die interessanten hervorragenden Fragen die gestellt worden sind bis zum nächsten Notation Kommen 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 Kommen